Komm schon, häng dich rein, häng dich rein! Huah! Zack! Häng dich gut fest! Ich versuch mal was! Der muss doch irgendwo einen wunden Punkt haben! Ja! Haha! Ich frag mich, warum ausrechnet da? Yeah! Ich schwöre den Stich einer Zecke! So, mein Freund! Gleich kommst du in die Pfanne! Woah, 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 woah! Ich glaube, wir fallen gleich wieder runter! Hey, das Geblinkel ist weg! Nein! Woah, ey, was soll der Scheiß? Blöder Scheißvogel! Warum hast du dich auch an der Seite festgehalten, du Affe? Mann, du bist wirklich total unterbeeimert! Du hattest ihn fast! Oh, komm runter, bleib ruhig doch! Der Vogel schwimmt gleich mit dem Viech, kriegt ein paar Betonschuhe verpassen und ist er weg! Er hat doch gelacht! Peng ist sofort getroffen! Komm her! Ja! Kamera, hallo? Alter, diese Kamera, die kotzt sowas von ab, ey! Das darfst du gar keinem erzählen! Halt dich fest! Lass dich nicht abschütteln! Oh, ah! Los, los! Auf dass wir ihn jetzt töten? Wo ist das Muster? Das ist ja wie Bullenweiden auf der Ranch hier. Einfach mal ein bisschen trizen. Den fetten Totan. Wo hast du deine Schwachstelle versteckt? Wow, halt dich fest. Fall nicht wieder runter. Ich glaube, das zieht ihm nichts mehr ab, oder? Warum ist hier nichts mehr? Oder ist das jetzt auf dem linken Flügel? Sieht so aus. Erst mal schnell festhalten. Noch mal kurz kitzeln. Ich sehe auf dem Flügel nichts. Halt dich wieder fest. Lass dich nicht abschütteln. Wow, 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 wow. Wow. Ich versuch's einfach mal. Ja. Nein, Mann. Penner. Auf dem linken Schickenwing hat er das Ding jetzt. Ja, flieg noch so schön durch die Luft, wie du kannst, ey. Gleich kommst du in die Suppe. Hühnersuppe, süß der will. Ach, ja. Gleich haben wir's. Da fällt mal ein, in der letzten Aufnahme, besonders beim dritten Koloss, also in der vorletzten Aufnahme, habe ich wirklich sehr oft meine Fresse gesagt, weil ich so gut drauf war. Mann, 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 ey. Ich habe einen Wortschatz, das glaubt man nicht. Aber man muss zugeben, er war nervig. Hier bin ich. Hier. Komm, du fette Taube. Kanarienvogel ist es ja. Boot, 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 boot. Ich hab' kaum, ich hab' kaum. Lass uns ein bisschen spielen. Ja, greift mich ruhig mit dem Flügel zuerst an. Boah. Ja, lass dich nicht abschütteln. Halt durch, halt durch. Halt durch, mein Freund. Tu's für deine Geliebte. Oh, oh. Boah, ey, soll sie doch sterben. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt muss ich wieder da hinschwimmen. Nur weil der fette Vogel nicht sterben will. Das ist echt ätzend. Dass der aber so schnell die Kraft verliert. Weißt du, wo er für drei, vier Tage an dem Flügel festhalten kann, wenn er rumzappelt? Du enttäuscht mich. Du enttäuschst mich wirklich, Toni. Ich hab' dir vertraut. Und so dankst du es mir. Na los, zieh die Schuhe an und ab ins Wasser mit dir. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ja, genau. Schön da dran schießen. Kuckuck. Hier bin ich. Das war's für heute. Jetzt aber! Wie liegst du denn her, ey? Jawoll! Halt dich fest, Junge! Komm hoch! Ah! Kurz ausruhen. Auf anderen Flügel... Auf dem anderen Schickenweg ist nichts. Ja, lange hast du nicht mehr zu flattern. Oh! Oh! Halt dich ja fest! Oh! 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 Komm, ey! Ich will nicht wieder... ... abschmieren! Meine Fresse, Mann Boah, leck mich doch am Arsch, du Missgeburt Scheiß Penner, halt dich doch fest Meine Fresse, Alter Mann Pisser Meine Fresse, schwimm schneller Na klar, springst unter Wasser Voll logisch Schap Vielen Dank. Ich will deinen Kopf endlich über meinen Kamin-Sims hängen. Jetzt bist du dran. Das heißt, so lange die verfickte Kamera hier aufhört rumzumuckern. Das heißt, so lange die Kamera hier aufhört. Das heißt, so lange die Kamera hier aufhört. Das heißt, so lange die Kamera hier aufhört. Mensch, Mensch, Mensch. Ich muss ihn doch noch einmal in den schicken Wingen stechen. Dann hat sich die Sache endlich. Boah, ich dachte schon, du fällst jetzt wieder runter. Komm, ey, jetzt halt doch mal still, du blödes Vieh. Ja, 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 ja. Ja, sch. Yeah. Oh, nee, ne? Halt dich fest. Fall ja nicht wieder runter. Muss ich wieder hier hin? Nein. Sag nicht, ich muss auf den anderen Flügel. Ich bin gerade etwas... Ich glaube, ich muss wirklich auf den anderen Flügel. Jawohl! Komm, das machst du jetzt. Stirb! Stirb! Yeah! Schickenwinks sind fertig. Endlich geschafft. Na nö, was kommt denn da angeflogen? Ey, lass mich erst aus dem Wasser raus. Willst du uns jemand etwas sagen? Wenn wir durch diesen Ton aus Licht schweben, ich weiß es nicht. Echt? Der fünfte Koloss fällt. Euer nächster Feind ist ein Riesenlord unter dem Tempel. Ihn genüstert nach Zerstörung, doch ein Narr ist er nicht. Unter dem Tempel. Unter diesem Tempel hier etwa? Ich leuchte mal ein bisschen hin und her. Da ist unser nächstes Opfer. Tja, das war doch mal ein nettes kleines Kämpfchen mit einem kleinen Kanarienvogel. Ich würde noch mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Auf Wiedersehen meine kleinen Macaronis und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschau, tschau. Tja. 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 Vielen Dank.